Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ich war mit dem lieben Marc Acker, Handwerker und der Tina auf der alten Map unterwegs. Und wir hatten eine sehr, sehr krasse und lustige Runde. Warum und weshalb müsst ihr euch angucken. Aber bevor es losgeht, ich verlose in diesem Video einen Hunt DLC nach Wahl. Also wenn ihr Bock auf irgendeinen Skin oder so habt, dann macht mit. Einfach in die Kommentare schreiben, ein Abo dalassen und ihr seid dabei. Ich lose übermorgen aus, also übermorgen im Video wird der Gewinner bekannt gegeben. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit mich über einen Kommentar von Algorithmus. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Ah, jetzt sind deine drei Punkte auch da. Wollte gerade sagen, du hast gar keine Punkte. Ja, die sind gerade auch erst gespawnt. Komm mir leise durch, ich glaube nicht, ne? Hier oben geht's, glaube ich, hier sitzen keine Rahmen, ja. Aber ein Hundekäferg ist sie. Hm. Der kann ja aufstehen, der wackelt, ja. Ja. Außer als hätte er, würde an seinem Klang Pullemann spielen. Dieser Drecks-Kompound hier, ey. Ja. Unfassbar. Pitching mitnehmen? Hm. Ungerne, aber ja. Ja. Hattest du das den einen Tag gesagt, Jan, dass sich die Hive immer im Uhrzeigersinn rumdreht? Ja. Hättest du immer rechts rum. Ach Gott, hier ist der Bus. Ja, gut, wir können ja trotzdem weitergehen. Ja. Hier war keiner. Mhm. Eeling? Mhm. Ich setz hier mal zwei Stacheldraht-Fahlen nebeneinander. Wieso ich die mit hab, weiß ich gerade auch nicht, aber... Katzenfisch. Zieht ihnen das Fell über den Ohren. Ja. Im Ocke-Fisch. Hier sind Wasserraben, rechts von mir. Ich mein Ocke-Fisch. Hier sind Wasserraben, rechts von mir. Ich möchte gar nicht stehen bleiben oder langsam laufen. Kein gutes Gefühl. Entons? Ja egal. Ich wusste es. Einen habe ich. Einer oben auf dem Dach. Ich bin tot. Ich leb noch. Oh mein Gott. Also das ist ein Wunder, dass ich das überlebt habe. Mich haben drei Mann beschossen. Ja. Nachlade-Bug. Ach komm schon. Ach komm schon. Ich lege mir eine Kiste. Boah. Das ist einfach nur ein Witz ey. Okay. Da ist noch eine. Da brennt es ja. Da kommst du dran vorbei. Nö. 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 Der steht genau vor dir, ne? Er ist da, ne? Ja, gut, danke. Wir haben getradet. Pass auf, bevor er meine After hebt. Nice! Das müsst's gewesen sein. Stark, Tina. Eins, du, danke. Ja. Heil dich erst. Ja. Ja, ich glaub, da ist keiner mehr. Wenn er den nicht aufgehoben hat... Bin mir unsicher, der hatte halt viel Zeit, den aufzuheben. Ja, das stimmt. Nee. Ich glaube, der lebt nicht. Bist du mich erschrocken? Alter, was war das denn? Du hast einen schnellen Finger. Du hast einen richtig schnellen Finger. Alter, ich wollte gar nicht schießen. Ja, die liegen hier aufeinander, die drei, zwei. Oh. Ich guck mal. Ja, hier ist nichts mehr. Okay. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Huch, schneller Finger. Oh, ich hab Geier. Geil. Und nun? Da gehen wir Pitching. Ja. Und dann? Wir sind alle low, oder? Ne, Tina nicht. Tina, du mich vor. Wieso? Ah, du bist auch low. Tina ist doch aufgestorben, wir haben alle verloren. Tina, da kannst du noch in Jans Kiste greifen. Tina greift man meine Kiste? Komm her, ich greife in deine Kiste. Ja. Ich hab reingegriffen, war es toll? Hm, es ging so. Was hast du denn rausgeholt? Das wird nicht verraten. Ich guck mich mal um. Nix. Aber es hatte doch Richtung Lockerbay geschossen, oder? Ja, 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 ja. Die sitzen bestimmt schon bei Pitching. Warten jetzt. Dass ich da lebend überhaupt an den Compound rangekommen bin, das ist ein Wunder. Die haben zu dritt auf mich geschossen. Ich bin auch zickzack gelaufen, dann bin ich von der Rampe nachher dann runter. Ausgewichen. Marc, willst du hier ein Dings mitnehmen? Wir haben gesehen, dass wir kommen. Ich möchte die nicht. Ich bin leider noch voll. Ach schon. Hier oben ist eine Zentenarien. Hab ich die jetzt genommen? Ne, wir haben ja auch keine Naked Rounds. Ist ja klar. Ja. Tina, pass auf. Vor dir sind welche, ne? Du laufst mit deiner Laterne. Mach mal, mach mal. Mach mal, mach mal. Denke drei Mann. Denkt an meine... In dem Übergang, da wo immer das rote Fass ist, dieser kleine Dings, da stehen zwei... Ähm... Raketen fallen. Raketen fallen? Raketen fallen? Zwei... Staffeldraht fallen. Ich guck doch mal kurz. Ja, da hinten. Ganz da hinten. Wollen wir hier runter gehen? Ja, die sind so halbwegs oben. Also die sind ganz hinten bei den Dings. Säckchen. Auch Bahnsäckchen. Hä? Ja, jetzt sind zwei oben oder so und einer unten. Ganz komisch hier. Pass auf! Oh nein. Oh nein. Letzten Moment auch gesehen. Ich habe nur noch einen einzigen Verband. Ich bin nicht voll da. Komm her. Danke. Der ist da rechts. Guck mal rechts. Mark. Wollte ich schon wieder Mike sagen. Da. Mit der Achtung. Haben wir getradet? Ich glaube ja. Also getroffen habe ich sie auf jeden Fall. Ja. Ja. Der will ihn gleich holen. Warte. Kannst du da mal abähmen? Ich hole Mark. Ich bin drin. Ich bin drin. Danke Tina. Bitte. Meine. Nix. Hat Hit hier hinten. Ich habe nur noch eine Sekunde. Ich sehe nur einen. Und der ist jetzt raus hier oben. Ja, der ist oben. Hier ist stiller Killer. Lootet den mal. Jetzt hören wir den an. Ja, ich habe nämlich keine Sekunden mehr. Ey, aber wo ist der dritte? Ja, ich weiß jetzt nicht genau. Wann ist drei? Ja. Einer ist hier. Ne Felis. Das ist der dritte. Was ist denn anstecken? Ja. Pass auf. Wassergang. Hier Wasserseite. Hast du einen gesehen oder was? Er ist hier oben. Mann. Ich sehe ihn nicht. Der ist hier drin. Wir haben getradet. Oh, diese blöde Fliege. Der andere kommt. Alter. Ich bin schon nicht froh. Das hast du nicht falsch gemacht. Obst du lachen? Guck dich um oder mach irgendwas. Ich habe ihn doch. Naja, vielleicht ist da noch wer. Nein. Nein. Wo soll denn der herkommen? Du bist hier voll reingerannt. Ich habe so in deinen aufgeguckt. Ach, du hast Tina abgeschossen? Ja. Ja. Deswegen lachen wir doch. Ach so. Ach so. Ich habe das, 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 das ging so, äh, ja. Alter, einfach nur weg und dann gucke ich hier an seinen Lauf. Ich habe nur gedacht, bitte lauf nach rechts und im selben Moment läufst du mir voll rein. Ich habe mich auch voll erschrocken, ne, weil der Typ geduckt hat und durch dieses Loch kam. Ja. Habt ihr die Lulu? Hier ist meine Kiste. Da ist noch eine Kiste. Ich habe Lulu. Also ich habe fertig. Guck dich um, mach irgendwas. Was will er denn? Der Hapsito. Vor allem, guck dich um, mach irgendwas. Ja. Tolle Aussage. Ich habe nur Tina. Ich konnte nicht mehr aufhören zu schießen. Und dann seid ihr im gleichen Moment umgefallen, du und der Gegner. Hä? Was denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Er soll irgendwas machen. Er hat irgendwas gemacht. Auf jeden Fall ist meine Falle ausgelöst hier. Auf jeden Fall ist meine Falle ausgelöst hier. Was war das jetzt, Marc? Was war das jetzt, Marc? Vor allen Dingen, wo bist du? Oh, ich weiß was, der ist den Aufzug runtergefallen. Lassen wir ihn liegen, ne? So unfähige Spieler brauchen wir nicht. Oh, ich war da. Ich war da. Da stand der Meathead und ich habe nicht gesehen, dass der Fahrstuhl unten ist und ich schieße auf den Meathead und wollte gucken, was er fallen gelassen hat oder ob er was fallen gelassen hat. Und dann bin ich in den Fahrstuhl schachgefallen. Habt ihr unten stiller Killer aufgenommen? Ja. Okay, ich nicht. Mag du? Nein. War aber weg. Okay, geh mal raus. Ja. Bevor noch mehr Scheiße passiert. Unbedingt. Mann, jetzt habe ich 500 XP weniger. Scheiße auf die Punkte. Schlimmer wäre es, wenn es 500 Dollar wäre. Ja, und das wäre ganz schlimm. Oh, stellen wir mal, das würde Geld kosten. Das würde richtig wehtun, glaube ich. Ach du Scheiße, ich würde niemals mehr schießen. Ach, da war tatsächlich doch noch ein Duo. Ich habe gedacht, das waren nur die beiden Teams. Ach, das war Team 3 jetzt. Ich hatte riesen, riesen Glück, dass ich nicht abgeschossen worden bin, da unten bei Catfish. Das war unfassbar. Ich habe mir schon sowas gedacht, dass sie da irgendwo sitzen. Und da saß einer, habt ihr ja gesehen, in dem Haus einer auf dem Dach und einer rechts von mir. Und ich habe so viel Glück gehabt, aber die anderen auch. Auch, ich war gut, dass ich da instinktiv reingeschossen habe und einen geholt habe. Ich glaube, ohne Afto wäre ich tot gewesen in dem Moment. Und dann hat Marc sensationell gemacht mit dem Getraded, ihm noch einen Headshot mitgegeben, Gott sei Dank. Und Tina hat das auch richtig, richtig gut gemacht. Und dann kamen wir ja da unten glimpflich davon. Ja, und dann bei Pitching. Ich mag Pitching nicht so gerne, weil die Sounds so verbuggt sind und so weiter. Aber wenn man erstmal unten drin ist und kämpft, dann geht das, finde ich. Ja, und dann ist mir leider Tina reingelaufen. Das war sehr, sehr ärgerlich, aber es musste sein. Ich konnte nicht aufhören zu schießen in dem Moment, weil ich den unbedingt tot haben wollte. Halt echt ärgerlich, dass sie nach links gelaufen ist und nicht nach hinten. Aber wenn du aufstehst, weißt du ja, wie das ist. Meistens läufst du dann vor und dann ist sie in die Richtung gelaufen, wo sie aufgestanden ist. Und dann ist es passiert. Dass Marc da nicht aufgepasst hat, ist auch ein mega Fail, aber passierte halt. Er wusste halt nicht, dass der Fahrstuhl unten ist. Und dann ist er einfach nach unten geplumpst, sehr, sehr lustig. Und ja, war doch, wie ich finde, eine sehr, sehr actionreiche und lustige Runde. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Denkt ans Gewinnspiel, was ihr am Anfang angekündigt habt. Einfach ein Abo da lassen und einen Kommentar. Heute Nachmittag bin ich ab 14 Uhr für euch online, wenn ihr Bock habt, auf Twitch live. Und ansonsten morgen früh, 9.30 Uhr, nächstes YouTube-Video. Jetzt denkt aber an TeamSpeak, der ist unten verlinkt, genauso wie Game.de. Die haben wir den extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen, könnt auch Game.de gerne mal besuchen. Gerade wenn ihr selber TeamSpeak Mumble, Root-Server, Games-Server, Web-Server etc. Sucht seit einer super Adresse. Holy Energy ist unten verlinkt, eine gesunde Alternative zu Red Bull Monster. Kein Zucker, kein Scheiß, guckt es euch mal an. Unten ist der Link und zwei Rabattcodes. Was gibt es noch zu sagen? Unser Discord ist verlinkt und jetzt genug Werbung gemacht. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns auf 14 Uhr auf Twitch oder 9.30 Uhr morgen früh. Nächstes YouTube-Video, haut rein. Sorry. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.